Meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben alle verstanden, warum dieser Kundenbesuch für unsere Firma so wichtig ist. Und wenn die Herren von Trabzern Autoparts hier gleich aufkreuzen, dann erwarte ich von jedem Einzelnen von Ihnen, dass es sich genau so verhält, wie wir das gestern abgesprochen haben. Wie Sie wissen, geht es um einen Auftrag über 100.000 automatische Innenspiegel. Und wenn wir das hier heute vergeigen, dann sieht es für unsere Firma nicht mehr allzu rosig aus. Habe ich mich da deutlich genug ausgedrückt? Frau Maybach? Wir kämpfen mit Ihnen, Herr Dr. Peters. Entschuldigung, die haben aus der Türkei gelbender. Dann schicken Sie sie bitte rein. Frau Maybach, könnten Sie mal... Vielen Dank. Krass! Alter, du musst sein, Trabzern Autoparts. Alter! Korrekt! Und du musst sein, Atalay. Zwei fett korrekte Vorstandsvorsitzende von Trabzern Autoparts. Klaus! Stell dich, Mitarbeiter, vor. Betriebsrats Eiche Maybach. Eiche, stehst du, wenn du mit Atalay redest? Freue ich mich. Herr Atalay, habe ich viel gehört von Ihrer Firma. Ich ersetzte dich. Ja. Maschinenfertigungsolum übrig. Korrekt. Kollege Wilms aus Buchhaltung. Krass! Und Personallahn. Super dumme Sprachfehle. Hörpatz! Aldi, stimmt. Und lasst, was nur blüßt. Marketing, Fatma, Weber. Üsküdaragi der Irkenauten. Freue ich mich auch. Scheißen, Dreck. Setz dir euch. Mach nicht mal Vieren. Hörpatz! 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 Ja, Herr Peters, vielen Dank für die doch recht ungewöhnliche Begrüßung. Alter, superdeutsche für unser türkischer Freund. Respekt! Hörpatz! 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 Aber vielleicht sollten wir mal zum geschäftlichen Teil kommen. Wie ich sehe, haben Sie uns ja schon einen voll korrekten Vertragsentwurf vorgelegt. Äh, richtig, Alter. Aber nicht ohne Stärkung. Hörpatz! Hörpatz! Heiß und wettig! Ah! Hörpatz! Hörpatz! Mach du um! Ach, Döner, komplett mit alles. Vergiss dich! Und uns! Sehr aufmerksam. Trotzdem, jetzt, wo ich Sie und Ihre Mitarbeiter kennengelernt habe, Sie glauben tatsächlich, dass unsere beiden Firmen... Alles schön mit Schaffelsauce! Also was mein Kollege sagen, was er fragen möchte, ist, ob es tatsächlich eine so gute Idee ist, wenn unsere Firmen in Zukunft zusammenarbeiten. Aber Hülo, sind wir eingetaucht in komplette Kultur für uns. 1, 2, 3, 4, oh, 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 oh. Herr Peters, wir sehen keinerlei Kooperationsmöglichkeiten. Vielen Dank für diesen Zirkus hier, Sie werden dann noch schriftlich von uns hören. Sie haben es mal wieder versaut, Hoppatz. Ich habe gesagt, das ist klar und deutlich. Acht Döner, komplett mit alles. Was machen Sie? Fragen ständig nach Zwiebel und scharfe Soße. Das ist doch albern. Das ist doch kein Wunder, dass die abhauen. Das war doch von Anfang an ein Schnapside mit diesem Türkisch-Deutsch. Die sprechen besser Deutsch als wir alle zusammen. Und wir können hier rum wie Erkan und Stefan. Das hat Konsequenzen. Hau, 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 Hau. Alles gelöscher, alles gelöscher. Nun leh mich in die Tasche, ruf ich Murat an, der macht sich Ralf Kragen aus, bei anderen Erkollung. Oh, ja, aber weißt du, wann mich hat richtig Kragen gepetzt, ob ich mich dieser Hoppa ständig fragt nach Zwiebel mit scharfe Soße. Bei mir auch. Dabei hat dieser Geschnisch-Signal-Peters fett und deutlich gesagt. Komplett mit alles. Bis zum Glück.